kein neuer tag in hellowork er geht einfach rein und tut so wie würde einfach trotzdem jeden anderen tag weiter dort arbeiten würde ich ehrlich gesagt eigentlich irgendwie nicht einmal versuchen ich würde ehrlich gesagt nicht einmal versuchen dort vorbeizukommen weil ich habe so das gefühl du kriegst vielleicht nur einer auf die fresse ich glaube das ist keine gute idee ich glaube nicht dass es eine gute idee ist ich glaube da scheiße dass ich selber eine ich glaube da scheiße dass ich selber eine beziehungsweise dass er dann vielleicht sogar die zehn vielleicht nur noch mehr ärger kriegt die straßen kann oben was wir straßen kann oben stufe 2 die und auch noch ein anzug auf john wick style angelehnt oder was war es für straßen kann oben wie der rang mal wieder erhöht sehr gut sehr gut sehr gut wichtig und richtig ich weiß nicht ob es nicht vielleicht sogar schlimmer machen wird ich würd's nicht leihwand finden ich würd's ehrlich gesagt nicht leihwand finden ich würd's ich würd drauf scheißen ich würde ehrlich gesagt wirklich drauf scheißen ja ok passt dann gehen wir gleich direkt zu hellowork wenn du doch kommt vielleicht kurzes training oder vielleicht noch schauen vielleicht gibt es dort oder dort vielleicht noch eine kleinigkeit anterner kassler amal es wenigstens nicht reingegangen um stress zu machen oder irgendwas das ist dann gut das fällt jetzt ein jahr später da ja ich 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 habe keine Ahnung, dass ich meine Arbeit habe. Was? Ich wollte mich darauf informieren, dass ich das hier bin. Ich bin wirklich nicht. Was ist das? Ich bin... Ich habe mich immer wieder geholfen. Ich habe mich schon wieder geholfen. Ich habe mich schon gehört. Boah! Boah! Er kann irgendjemand wenigstens dafür, oder? Was ist das? Aber irgendwie meine Meinung noch, ey komm, ich tippe zu spät, ha? Ah ja später, irgendwie nicht lehnt. Oh ja. Oh ja. Das war's für heute. Entschuldigung, dass ich mich nicht verletzt habe. Oh, ja. Ich weiß nicht, dass ich nicht hier bin. Ich kann mich nicht hier verletzen. Ich weiß nicht, dass ich hier nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Das ist ein Yakuza. Naja, geprügelt jetzt, komm, übertreib! Erstens mit der O&, dann das mit der Firma. Boah, der Burt hat mir echt ein bisschen leid. Er kriegt richtig schön eine auf die Fresse, eins nach dem anderen. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Richtig schlimm. Ein paar Kräuter, ein bisschen das, ein bisschen das. Na warte mal, da müssen wir sich gleich mal prrrrringen gehen, Alter. Das gibt's ja nicht. Wie ein Äcksel sich ins Gesicht hat! Oh mein Gott! War so ein Schuxler, Alter. Er hat sich das einmal ins Gesicht, der Fultrottl. Man geht dann sowieso in den Arsch. Oh, tun wir ein bisschen was. Tun wir wieder ein bisschen was. Oh! ... Warte, ist das jetzt nicht normalerweise die Tante, die was immer sauft? Ja ja, voll, 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 voll! Boah, ich sag jetzt ne, die ist auch schon verstorben oder irgendwas. Oder die gibt's nimmer irgendwas in der Richtung. und er will nichts mit uns zu tun haben. Wieder irgendwas Beschissenes. Oh. Ich glaube, es war die alte Pugel, oder? Es ist ja in der Richtung, oder? Es war wieder ganz woanders. Weil das ist ja der Hauberer, der was alles gefladert hat. Richtiger Zapzerab-Hauberer. Immer Zapzerab. Immer Zapzerab. Oh, Mann, 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 Mann. Aber es wird ja nicht eigentlich quasi der einzige Ex-Yakusa gewesen sein, oder alles drum und dran. Also sauen wir nicht ab, aber na gut, dass wir jetzt ein Messer stehen. Wieder einen Monat später. Und von der anderen Tanten hast du noch immer nichts gehört, gell? Die guten alten Zeiten. Oh, der gute alte Schläger. Die gute Lucie. Du. Vielleicht Neuigkeiten? Das ist wohl der Quantel. Wenn es einmal für einen Ex-Penner stiegt, dann heißt es schon alles. Dann heißt es definitiv schon alles. Ich muss da abpassen, denn es ist alles vollgewiegst. So klebrig, gell? Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Es hat sich dann immer wieder ein bisschen ab und zu wiederholt. Boah, klebrig, boah. Oh. Oh. Hmmmm... Schön, dass du da bist. Oh, hat die 5 Streams erreicht. Guter Mann, guter Mann. Wenigstens vielleicht auch dieses Mal ein Spiel, was du vielleicht nicht spielen willst. Oder noch nicht. Oh, Jakuza Like a Dragon ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich finde die ganzen Charaktere und alles drum und dran so gut geschrieben. Wahnsinn, Wahnsinn. Und quasi, ich finde irgendwie so auch so als Europäer-Text oder so, wieso? Wieso? Wie manche so reagieren so ganz extrem, dass sie gleich zu Boden gehen und Entschuldigung, Entschuldigung und alles drum und dran. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Ich finde es so lustig, manchmal. Also, wenn es wieder auf der Liste steht, aufpassen und könnte es ja wieder gespoilert werden, gell? Ja, fix. Auf alle Fälle. Ex-Yakuzo, Ex-Polizist und Ex-Penner. Ja, ich will das. Bestes Trio. Bestes Trio. Die alte Gang. Also auch die Tante. Die Tante, die was einfach auf Erb geschießen hat. Die Lucille? Oh ja. Verstaubt ihr da oben, Alter? Das ist schlecht, aber das geht ja nicht. Schon komplett verdreckt und alles drum und dran. So geht man nicht mit einer Lucille um. Ja, Das ist das organisierte писate. Und der... doch... muss allein schon noch forschen da geht ein scheiß ex jacuzo durch die stadt mit einem scheiß baseballschläger mit stachel drauf da musste ja auch was dabei denken oder natürlich mit slow mo ey klar hat sich auch slow mo aktivieren lassen was hat er jetzt gemacht oder kurzen weißen schnee oder was er kommt wieder mit zum scheiß verbissen regenschirmt ja Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde diese Welt zu retten. Ah, ja. Das ist das. Das ist das. Das ist das, was du für dich. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ja, können wir gleich mal ein bisschen üben. Oh ja. Oh ja. Wir könnten ja ein bisschen ein kleines Training gebrauchen. Oh ich. Das ist das. Hatte mir, du,есть. Na. Oh das ist das. Oh, du,le. Oh, du. Na gut, was für Skills hätten wir. Ja, erstmal würde ich immer sagen, gehen wir mal durch und schauen mal, was alles so drauf hat. Aber wir gehen den anderen auch, weil ich keinen miterwischt. Wie er das einfach nimmt. Bist du immer noch der Favorit an ihren Stich, Alter. Bist du wahnsinnig? Geil. Warte, der Große. Der braucht, Alter. Und? Ja, so viele Schläge, das ist jetzt nicht wirklich so das Wahre. Aber jetzt, wo er am Boden ist. Perfekt. Ah, ist doch immer gelähmt. Ja, moin. Schau, wie er da herkommt am Favorit an ihren Stich gibt. Ist gleich am Boden? Den muss ich geben. Den muss ich geben. So, und du mach jetzt auch mal so eine spezielle Fähigkeit. Den pyro hole einmal wieder. Ah, du scheiße, oder? Der macht vorрам Toe zu, von der Ihn versteckt. Hahahaha! Hä? Gleich mal ein Yakuzaub versteckt, Däga! Hahahaha! Mhhh! Damit sie jetzt quasi noch stärker werden. Ja, das ist Laion, das ist gut, das ist definitiv gut. Brauchen wir eh, brauchen wir eh! Weil nur Level-2-Gegner ist schon mittlerweile ein bisschen zu wenig. Ja, voll, da müssen wir mal wieder einkaufen gehen. Ja, safe. Allein schon. Die Frage ist, wäscht er denn überhaupt? Er macht einfach gleich so Schatten-Doppelgänger, der Anzug und er kämpfen gleichzeitig. Die machen immer jedes Mal das gleiche Gewandler. Na, wenigstens hat er, also unseren sogenannten Arzt, unseren Penner, unser Sandler oder wie auch immer man den nennen will, der hat wenigstens seine Sache in die Reinigung gebracht. Wenigstens etwas, wenigstens etwas. Bist du einfach, Alter, Technomucke, Alter, bist du einfach, Alter, geckle, Alter, boah eckle Saftl. Ich drehe da auf die, Alter, bist du narisch? Oh, ne, dann schauen wir mal, bist du deppert. Das ist so viel Geld, glaube ich, jetzt aber leider nicht dabei. Kann man auf Kredit auch machen, also ich folge nur für einen Freund, gell? Also, nur ein bisschen kurz auf Kredit. Schauen wir mal ganz kurz so auch ein bisschen durch. Ja, wir können sich eh das Meister leisten. Das Meister können wir sich leisten, das geht eh. Einmal, zweimal. Ne, schau, Burli, du kriegst was, du kriegst was. Natürlich als erstes sollten wir eher lieber mal auf die Waffen achten. Und dann einmal alles andere. Plus vier, plus drei. Ja, dann machen wir gleich plus vier. Rein weiße Shorts. Wieso krieg ich eine Unterhose, die was rein und sauber ist? Ein bisschen ein brauner Strich gehört immer dazu. Das ist, das ist, das ist, die Würze. Das ist die Würze. Digger. Das ist, das ist das Sahnehäubchen auf die Unterhose. Digger. Das geht einmal überhaupt nicht. Das geht einmal überhaupt nicht, Alter. Ohne Strich geht einmal klar nichts. Ohne Strich geht einmal definitiv gar nichts. Das, das tagt mir nicht. Und der Buchse. Trotzdem mal da Unterhose, Diggi. Unterhose muss da her. Eierzwicker oder irgendwas. Jamoi, die guten alten Eierzwicker. Oh, geil. Na ja, also. Wenn das mal so angezeigt wird. Jetzt würde ich eigentlich sagen, das soll das T-Shirt sein. Ach du Scheiße, Gwandel. Angeschissene Unterhosen. Bombe. Na wenigstens sind sie jetzt gut ausgerüstet. Da kann man schon mal kämpfen. Besser, viel, viel besser. Jetzt bin ich wieder pleite. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zappzrappern. Sollten wir. Ja, moin, Diggis. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Oh. Ich muss kämpfen. Ich muss trainieren. Erstmal, erst mal kurz reinschauen. Okay, da gibt es einmal nichts. Aber Trading, Leute. Trading. Na, Alter, angeschissen. Viel besser. Weil die ist wenigstens ein bisschen eingefahren. Alter. Tut ihr jetzt ernsthaft mit so einem scheiß Hexenbesen kämpfen? Nein. 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 Alter, schau dir allein schon mal nur die Gegner an. Könntet man irgendwie einen Tick rassistisch sehen? Wenn man sie ganz ehrlich ist. Also, so wie die jetzt gerade ausgeschaut haben. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Da ist ja Faculty ofChe. Der Da Er EQ.